Hallo Freunde der Sonnenenergie, heute bauen wir für euch auf ein Balkonkraftwerk und zwar auf einem Geräteschuppen, der steht hier, Ausblech mit dabei, heute wieder der Jan und nach dem Intro geht's los, viel Spaß mit der Folge. Falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, heute Balkonkraftwerk, 400 Watt Trina Solar, aufgebaut vorübergehend auf Dachlatten, was wir hier auf dem Boden montieren werden und später auf den Geräteschuppen heben. Für die Zeit, bis wir deinen Carport fertig haben, dann wird es nochmal umgeständert, also nicht meckern. Wir wissen, dass es nur Holz ist und nicht wirklich langlebig ist. Da wir für diesen Fall jetzt eine schnelle, einfache und kostengünstige Lösung brauchen, haben wir uns überlegt, in diesem massiven Rahmen von dem Modul einfach Winkel zu schrauben, VA-Schrauben natürlich, und mit diesem Winkel auf die Dachlatte zu gehen. Somit können wir nachher die Module auf der Dachlatte einfach anheben, auf den Schuppen stellen und gegebenenfalls noch ein bisschen anwinkeln. Solltet ihr noch offene Fragen haben, schreibt es gerne in die Kommentare, ansonsten haben wir auch schon ein paar Videos gemacht, wo wir eure Fragen beantwortet haben. Schaut gerne mal auf 4männer.com vorbei und kommentiert dort auch gerne die Beiträge, dort findet ihr alles zum Thema Balkonkraftwerk. Bitte gerade, ne? Teil, drin. So, von unten zwei Muttern. Kommst du da ran? Ja. Wir haben jetzt an allen Modulen jeweils an den Seiten zwei Winkel geschraubt, quasi vier pro Modul. Und die spackst du mir jetzt an eine Latte fest, dass wir gleich einfach die Module an einem Stück auf den Schuppen heben können. Gehen wir jetzt aufs Dach. Gehen wir jetzt aufs Dach? Gehen wir jetzt aufs Dach. Ja. Wird das was? Probieren, ne? Auf geht's. Okay, da haben wir auch ein bisschen Luft und können mal runterschauen. Sieht komplett auf. Überall. Wir können jetzt von hier, von innen, einfach... So, ich bin fertig. Das fühlt man ja. Das ist ja so dünn. Da merkt man, wo das Holz ist. So, die Elemente passen drauf. Was aber nicht passt, ist natürlich die Kabellage. Da ist der Youngard kräftig dabei, die Solarpaneele bzw. Module zu verkabeln. Und das schauen wir uns jetzt mal, wie er das macht. Die Kabellage sind zu kurz, ne? Ich habe hier einen 100 Meter Ring, Solarkabel, schön von Lapp. Und jetzt werde ich quasi die Längen, die wir brauchen, zurechtschneiden. Und an allen Enden einen MC4-Stecker draufkrimpen. Eigentlich ganz simpel. Kabel immer abisolieren. Ich habe leider nicht die richtige Isolierzange dafür, aber die tut es auch. Den zweiten Mantel wegschneiden. Hier ist immer wichtig, dass man den Draht, der da drunter ist, der feine Draht, ganz lässt. Dass wir keine abbrechen oder abgeschnitten werden. Dann nimmt man sich den entsprechenden Stecker. In dem Fall brauchen wir jetzt hier gerade die Buchse. Zugentlastung, Gummi, alles draufstecken. Draufstecken. In die Buchse vom MC4-Stecker kommt immer ein Stecker. Quasi der Krimp-Kontakt als Stecker. Da gibt es eine spezielle Krimp-Zange dafür. Da kann man dann den Kontakt hier einspannen. Da braucht man immer ein bisschen Gefühl. Sonst ist es kaputt gequetscht. Ich lege mir das vorher schon mal ein bisschen bereit. Hier eine Zange. Dann brauche ich den hier nur noch einfädeln. Sauber rein. Und kräftig drücken. Dran ist er. Jetzt kann man einfach diesen MC4-Stecker bzw. die Buchse bzw. Kupplung hier einfach draufstecken. Da muss man immer warten und gucken, bis es einmal klickt. Dann ist der Krimp-Kontakt im Stecker verriegelt. Das Gummi hier rüberziehen. Hier hinten festdrehen. Bis er ein paar Mal knackt. Okay, in dem Fall knackt der Stecker nicht. Aber das war's. Und so ist dieses Kabel jetzt Stecker fertig für den Wechselrichter. Und damit ihr wisst, was ihr alles braucht, verlinken wir euch alle Produkte unten in der Videobeschreibung. Die Module sind verschraubt. Die Kabel sind alle verlängert. Jetzt legen wir uns hier alle Kabel einmal sauber hier lang. Dass die dann auf dem Dach quasi aufliegen. Nicht stören beim Raufheben. Und dann filmen wir sie gleich quasi von hinten hinter der Hütte in den Wechselrichter. Schöne Qualitätskabelbinder zum Sonderpreis Baumarkt. Die Grußen aus dem Schlafzimmer, ne? Die Laufheben sind nicht zu kurz. Beide das von mir? Ja. Quitsch, quitsch, quitsch. Okay. Hier ist die Kabelbeitsche. Ja. Die muss einmal hinten ins Loch. So, und die Kabel, die gehen jetzt in den Schuppen rein. Und zwar haben wir vorgebohrt ins Blech ein Loch. So, jetzt werde ich das Kabel hier einmal einführen. Die gehen jetzt zum Wechselrichter, der drin schon auf uns wartet. So, Jan. Kabel sind drin. Auf geht's, wir machen weiter. Die zwei Modulplatten sind oben. Ich zeige euch jetzt mal, wie die zwei Platten jetzt mit der Holzkonstruktion auf dem Dach raufliegen. Alles hochgewurbt. Hier seht ihr das. Da sind die Winkel an dem Holz befestigt. Das Ganze liegt jetzt einmal schön sauber auf. Wir werden jetzt die Dachlatten einmal von innen verschrauben, damit die sich nicht mehr bewegen können. Die Paneele sind drauf. Das Kabel ist verlegt. Das kommt jetzt hier rein. Hier haben wir die offenen Enden. Hier müssen wir jetzt natürlich auch noch überall diese MC4-Stecker draufkrimpen. Und dann schließen wir sie einfach an unserem Wechselrichter an und können die Module betreiben. Ich verbinde jetzt die fertigen Stecker von den Modulen mit dem Wechselrichter. Und somit ist das alles verbunden und einsatzbereit. Somit ist jetzt das Balkonkraftwerk final angeschlossen. Wir nutzen hier in dem Fall ein Shelly. Was ein Shelly ist, haben wir schon mal erklärt. Das findet ihr in unseren Videos. So Jan, das war jetzt ein weiteres Balkonkraftwerk, was wir erfolgreich aufgebaut haben. So ist es. Aber ob das Gerät auch wirklich funktioniert, können wir jetzt in der App mal gucken, was uns das jetzt einbringt. Wie du hier genau ablesen kannst, beide Paneele bringen 70 Watt. Genau. Wenn wir rausschauen, wir haben jetzt nicht sehr viel Sonne. Wir haben die nicht sehr stark angewinkelt. Sondern du kannst davon ausgehen, dass das schon ein relativ guter Wert ist, das denn bei Verbrauch ist eliminiert. Ich hoffe, der Schuppen fliegt uns jetzt hier nicht um die Ohren. Und wer weiß, was an Schnee kommt, wissen wir nicht. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Solltet ihr noch Fragen haben zum Thema Balkonkraftwerk, Shelly, Solaranlagen, was auch immer. Jan wird euch diese Fragen natürlich fachmännisch beantworten. Lasst gerne ein Like da. Abonniert auch gerne den Kanal. Im Abspann verlinken wir euch jetzt nochmal ein Video zum Thema Shelly und Ertragmonitoring. Und wie wir das Balkonkraftwerk bei Jan auf der Garage aufgebaut haben. Zieht es euch rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jede Woche eine neue Folge.